Rock'n'Roll Megastar! Wo sind die echten harten Männer hin? Wo sind die lauten Gitarren hin? Wo sind die echten Rock'n'Roll Megastars hin? Heute in den Chart sehe ich das nicht mehr. Aber 50 Jahre zuvor, Leute! Eine Huldigung an die Rolling Stones, Andrew Smith, Kiss oder whatever. Alles, ihr kennt was? Wo sind die Echt? 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 Wo Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 den ich vor zwei Wochen gedreht habe und fertig gemacht habe. Ich grüße deinen Schall gleich zurück. In diesem Song geht es um ein Thema, mit dem wir es heute am Nachmittag zu tun hatten. Und die Veranstalterin hat es schon erwähnt. Da ist Silent Scream. Gestern stand in der BZ, können schöne Melodien das Böse vertreiben. Natürlich können sie das nicht, aber ich kann mit Musik versuchen, Leute zu erreichen. Leute zu erreichen, die zum Beispiel dieses Video sehen. Und ich hoffe, dass es wie bei vielen schon Ihnen nahe geht, Sie verstehen, um was es geht. Dass Sie aufmerksam mit der Thematik und mit Ihren Kindern umgehen. Denn ca. 310.000 Kinder im Jahr sind ca. 310.000 zu viel. Und ich freue mich und bin ganz stolz, Ihnen dieses Video präsentieren zu können. Zusammen mit dem Gesang, der etwas rau ist jetzt. Aber ich hoffe, Sie genießen es und es gibt Ihnen was mit Silent Scream. Und ich bin auch ganz, ganz stolz, heute einen Hauptdarsteller hier mit vor der Bühne zu haben. Das ist der kleine Noah. Ihr werdet ihn gleich sehen. Ein elfjähriger Junge. Bist du jetzt elfkleiner? Ein elfjähriger Junge, der wirklich eine Warnungsleistung gezeigt hat, was auch für viele Kinder was Wichtiges ist. Und ich bin wirklich sehr stolz darauf, auf alle. Und ich wünsche mir, dass Sie dem Video Aufmerksamkeit schenken. Applaus Applaus A fearful pain, but I am cold My heart is strewn to stone He knocks at my door I scratch my knees into myself Wish I could die, it's coming down They don't take my ice cream They don't take my ice cream Mommy went away Just he was left to stay Even I forgot why I've been born Tears are running down my soul He's so deep inside And I feel Slashing my body Just him and me They don't take my ice cream They don't take my silence cream He loves me Yes. I need some help I do I need some help I need some help I need some help Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Aber ich weiß, es ist schwer, wenn man das sieht, aber wirklich kranklose Leistung. Danke! Noah Wichert wird mein ganz großer Schmisch. Dankeschön. Ihnen einen schönen Abend wünsche ich Ihnen.